geld zu verdienen wir wollen immer noch kohle für squint verdienen ich hoffe das was wir gesagt in der nächsten folge machen können und dann nervt es mich schon wieder wie gesagt dass ich den dass ich vielleicht über den 190 nicht nutzen darf ist schon witzig vor einer woche war das grand meine chance was für meine crew zu tun und ehrlich zu zeigen dass ich die beste bin jetzt ist es eine lose-lose situation du steckst dich immer durch wir alle haben schlechte entscheidungen getroffen ich habe das opossumnest in der werkstatt zu lange ignoriert was nichts was in dieser nacht passiert ist es ewig her so einfach ist das nicht jetzt was du letztes mal gesagt hast dass du nirgendwo hin kannst du weißt dass das nicht stimmt wir sehen uns am start ja bis es versuchen irgendwie gesagt ich vermute das halt echt meckert wegen dem wegen dem ersten martin wegen dem erzähl das was er sagt deswegen geht es nicht was ich hier nicht nutzen darf wir fahren jetzt erstmal aber hier das ding hier und wird noch physisch ist ja aber die wird es wahrscheinlich heute nicht und schon kommt mit dem ja ich befürchtet dass wir noch bautes auswärts müssen aber ich hoffe dass das hinkriegen das hat das war deswegen nur gesagt dass er am erzelt es lieb also wir müssen die hauslage werden um 32.000 auf der unterdachen fahrt zu kriegen ich bin mal so frei ich überhole euch mal alle jene ach ich hab das kenne ich noch das war mir so klar dass der scheiß kopf mir dann irgendwann auf den sack geht ja ja zwar keine absicht übrigens ich hab den jetzt nicht bewusst weg gedrängt ich habe mich daneben gesetzt ich habe es bereit die zielpersonen zu fassen Ich versuche mich gerade noch ein bisschen... Ja, das ist genau das, was ich meine. Da hast du echt, weil der Scheiß Kopf dir auf den Sack geht. Ich versuche das, was ich noch mal neu fahren darf. Niiice! Endlich mal echte Konkurrenz! Wo ist die denn hin? Kann ich noch einen Fehler machen? Ja, ich befürchte, das wird zu eng werden. Nee, das schaffe ich nicht. Scheiße, Mann! Scheiße, Mann! Wir frischen uns einfach nochmal! Zeig mal, was du kannst! Jetzt habe ich mal... ...mal ein bisschen die Konkurrenz versinkt, mir überholt. Warte, ich habe Medusa hinter mir. Ich weiß aber nicht, wer das jetzt genau von denen ist. So, Rode 2. Rechtskopf! Lambo ist das hinter mir. Ciao, ciao! Ich kann das immer noch geben! Okay, das hat es clever gemacht! Gut! Jetzt kann ich zeigen, was du kannst! Streife ist hier und starten bereit! Oh! Noch bin ich unbesorgt! Ich bin einfach besser als du! Ich bin einfach besser als du! Ich bin einfach besser als du! Ich habe kein Nitro mehr! Aber ich gebe jetzt trotzdem! Ja, auch wenn ich jetzt schon wieder so eine Asi-Aktion gebracht habe, den einfach mal wegzudrehen, den Gegner! Und wir wollen jetzt die 32.000 auf der Hand! So, ich muss gerade gucken, wo sind wir überhaupt? Es ist verhaftig, jedes Mal darüber zu fahren, dass ich die Kohle save, aber das geht! So! 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 So.... So! So! Ganztır! Zuerst bin ich jetztrer! ich fahr nur ganz leicht gegen dich was passiert erst mal aufgeschafft überschlag dich mal doch wenn ich einfach nur das ding haben jetzt das klingt so ab in die garage habe die nacht sieht super aus wenn ich das mal so sagen darf deine chancen stehen nicht schlecht auch wenn du den wagen von jasmine nicht zurückholst du hast da selbst ein tolles teil gebaut bin stolz auf dich da ich brauche ein s plus auto oder halt das ist genau das ich vermute wie gesagt dass es an der mercedes liegt dass ich den ich nutzen darf im quent warum auch immer ihr wollt doch nur ihr hasst mich doch nur weil auch nur 57.000 bringen aber den will ich gar nicht verkaufen eigentlich für den eigentlich da benutzen Stufe B. Wie viel kostet der Porsche? Und zwar Das ist ja der Porsche hin. Ich hätte nur geguckt, weil wir besten Autos und so. Der hier ist es, oder? Ja. 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 911 Carrera S. also das ist es der erzeuglich das ist glaube ich nicht den ich suchte das ist das auto das eigentlich für die stufe b geeignet ist 94.000 kostet das auto ja wenn ich auf dem b verkaufe ist glaube ich der meine wagen aber eigentlich brauchst du ja nur die fahrzeuge oder nicht? welche fahrzeuge brauchst du denn für sequent? vielleicht weiß ich woran es liegt vielleicht ist es tatsächlich so a a plus s und s plus hier habe ich doch alle vier dann habe ich hart wie gesagt ich vermute dass es wirklich am ercedes liegt da brauche ich nämlich nicht kaufen für b schwachsinn weil ich brauche kein b fahrzeug wo bin ich nicht ich habe mich nicht und ich habe mich nicht gemessen ich habe mich immer noch etwas zu tun ich bin lebe ich bin lebe werfen ich habe mich noch nicht ich habe mich noch nicht ich habe mich schon geantwortet ich habe mich nur die möchte Ja. Also das hier wäre das Fahrzeug, das beste Fahrzeug für die Klasse A. Aber da ist der Eclipse besser. So, also wie gesagt, ich vermute, dass es halt, ich weiß nicht woran es liegt, ich vermute, dass es wirklich an Mercedes liegt. Warum auch immer ich die Karre nicht nutzen darf im Grand. Oder ich kaufe ihn mir jetzt selber am Bauten auf. Aber was ist denn eigentlich? Wenn ich den jetzt kaufe, da wäre der hier. Hatte 53.000, müsste ich ihn halt komplett aufbauen. Na gut, wir machen erst mal weiter. Wir müssen Kohle verdienen. Wir brauchen jetzt 60.000 ungefähr. Hier wäre noch so ein Rennen. Das große O, das habe ich ja gemacht. Aber dann könnte man den Mercedes einsetzen vielleicht auf die Strecke. Aber dann haben wir auch wieder ein bisschen Kohle. Ich hoffe, das ist wie gesagt. Oh, ich habe unten zwei Autos. Beide, knifflig. Oh, der ist plus drin. Und der Polster. Ja, beide halt extrem viel Preisgeld. Für ein Auto. Ja, ich glaube, es ist sowieso kein Rennen mehr dabei, wo ich sage, hier. Hier brauchen wir ein B-Fahrzeug. Aber das ist sehr wurscht. Ich überlege, ob ich hier nochmal, ob ich das Ding fahren soll, mit dem McLaren 570er Spider holen soll. Oder den Polster auf Lokale. Das habe ich aber schon mal gefahren, das Rennen. Ein bisschen S. Und schlüssig, und schlüssig, und schlüssig. Der Fischhook, das ist ein... Aber das haben wir noch nicht, das haben wir keinen... Da haben wir die Fahrnungsstufe nicht für. Zumindest jetzt noch nicht. Die brauchen wir auf 3. Da brauchen wir definitiv machen. Null, take off, jetzt fertig, los. Ich befürchte, das ist fantastisch. Ja, ich werde das hier fahren. Das ist halt so. Aber stopp, erst in der nächsten Folge. Jetzt will ich anger. Vielen Dank.